Hallöchen meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Hellblade Senua's Sacrifice. Wir sind hier immer noch daran, einen Weg durch das Feuer zu finden. Und brennen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen hier geopfert wurden. So, jetzt beeil dich Senua. Lauf durch die Bäume hier durch. Fang schon. Okay, ich darf nicht durch das Feuer durchlaufen. Hätte ich mir denken können. Oh scheiße, die Dunkelheit. Oh scheiße. Oh scheiße. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Würdest du dich auf das fokussieren, bitte? Danke. Okay, ich dachte, ich könnte einfach den kürzesten Weg nehmen. Aber so funktioniert das leider nicht. Dann folgen wir dem Weg. Durch die Scheune. Ich laufe ja schon. Tressel, wo geht's hier lang? Ich werde nicht sterben. Ich kann nicht laufen hier. Und dann hier durch. Springen. Und dann... Wo ist das Tor? Hier. Stirb. Stirb. Scheiße. Stirb. Du stirbst jetzt als das erste. Scheiße. Scheiße. Ich wollte gerade weglaufen. Scheiße. Ja, wenn ich so bin, dann sterbe ich. Doch nicht. Scheiße. Ich muss die besiegen. Ich stirb. Kann ich nicht da... Nee, ich muss die besiegen. Offenbar. Wo ist jetzt das Tor? Hier. Komm schon, beeil dich, Sinua. Oh Gott, wenn dann noch Gegner kommen. Ist das ziemlich fies. Du siehst nichts. Gut. Besser nichts als was schlecht ist. Oh mein Gott, die ganzen Leute hier. Verdammt nochmal. Seid ihr krank? Wir sind hier mitten in einem Dorf. Das habe ich schon mal gesagt. Ich weiß, aber... Das ist abscheulich. Dass die Leute hier alle verbrannt wurden. Wer macht sowas? Ich meine, wer hat schon einen Gott, der einem sagt... Oh, bitte verbrenne alles. Ich habe mir einen Weg geöffnet. Wohin? Da ist das... Tor. Oh Gott, das wird furchtbar hier. Ich denke schon, dass ich Game Over gehen werde. Ah, da ist wieder so ein Runentor. Ich muss wieder Runen finden. Oder wenn ich es euch sagen kann, Sesam öffne dich. Tell me, Drew. How did you escape your darkness? Sesnual, once I find my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Certh. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow me. The fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Yeah, what did she do without the roof? Yeah, I already knew that. I didn't know that. Asgard will be attacked by Certh and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun. And the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic. Hoping, hoping to find a way to postpone that dark day. I don't see the Rune right now, people. I don't know. I don't know. I don't know. But it will change again. I don't know. I can't wait for it. hier unten sein, weil es das einfach spiegelverkehrt ist. Ich Idiot. So. Zweite Rune. Und fehlt nur noch eine. Und die armen Männchen tun mir immer noch leid. Wo finde ich dann die? Hier oben bestimmt nicht. Hier hinten vielleicht. Bestimmt auch nicht. Ah, hier kann ich hoch. Was gibt's hier oben? Ah, hier ist die Rune. Das ist auch ein Häuschen. Ähm. Oh Gott, da brennt es lichterloh. Wie kann ich mir hier dieses Ding basteln? Wird hier was mit der Flagge zu tun haben? Oder nicht? Da hinten ist wieder dieses Ding. Wie kann ich mir diese Rune da basteln? Ach so, natürlich. Ja. Okay, es hat nichts mit der Flagge zu tun. Ja, ich finde das irgendwie cool, dass ich da so random Zeugs zusammensetzen muss. Damit die Rune passt. Ich finde die Fähigkeit von Senua insbesondere sehr interessant, weil sie die Natur viel anders wahrnimmt als wir. Ja, sie hört Stimmen, ja. Ja, vielleicht. Vielleicht sind das die Stimmen der Toten. Oder ihre Vorfahren, ihre Mutter. Und so. Aber auf jeden Fall helfen ihr die Stimmen. Das finde ich ziemlich cool. Ja, versuchen wir es. Ein einfachster wäre es, das einfach gerade auszulaufen. Lauf einfach, Senua, lauf! Okay, es geht einfach gerade aus. Durch das Feuer, Senua. Die Brände scheiße. Lauf einfach weiter. Ist sie tot? Nein, verdammt! Wow! Scheiße, wie siehst du denn aus? Verdammte Hölle! Ist das brutal! Ist er nur? War das wieder nur eine Illusion? Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade mal. Wir finden. Wir müssen sie weitergehen. Das ist meine Bezelle. Ich muss sie mit einzigen. Ausatmen. Ausatmen. Dr. Jillian. Wo willst du gehen? Ich weiß nicht. Für wie lange? Ich weiß nicht. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. The beast is a third. The beast is a fire sword. Ouch. Can I not? Can I not? Can I stop the time? Ouch. That hurts. Can I now stop the time? No, I can't stop the time. No, I can't stop the time. Come on. Come on. Jetzt konnte ich die Zeit anhalten. Endlich. Ich sehe nicht viel. Ups, falsche Taste. Ich stirb. Ich mach den Gesang hier. Der ist ziemlich cool. Und hilf mir auch ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Ich werd hier noch so ein Pro-Kämpfer. Ich bin kein Kämpfer. Stirb. 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 Ich... Du kannst mich nicht besiegen. Ja. Ja, es ist eine Feuerillusion. Ich muss zuerst warten, bis mein Teil wieder aufgeladen ist. Jetzt. Jetzt kann ich dir Saures geben, Freundchen. Komm, stirb. Du musst sterben. Dreh mir schön den Rücken zu. Komm schon. Stirb. Du kannst... mir gar nicht. Ich will das ziemlich klasse, dass die Stimmen mir helfen. Du bist ein Noob. Und stirb endlich. Scheiße. Ich hätte blocken sollen. Scheiße. Ich muss wieder... warten, bis ich... Ich bin so gut wie tot. Bitte fokussieren. Scheiße. Komm schon, Senua. Steh auf. Und jetzt... Kann ich ihn wieder angreifen. Bitte nicht sterben, Senua. Stirb. Endlich. Bist du tot? Er ist tot. Ohne... um Hilfe gebeten zu haben. Bist du verbrannt. Ich hab dir von deiner eigenen Medizin gegeben. So. Oh. Gott. Das Feuer... ist... erloschen. Das Tor hat sich geöffnet. Ich kann... nach Hell. Und in der Ende... wir alle fallen. Auch die Gottes haben ihre Zeit. Und wir gehen weiter. Du stirbst. Du stirbst. Das klingt irgendwie... cool. I will see you in hell. Nicht in der Hölle, sondern in Hell. So. Ja, wir haben das Feuer... ausgeschaltet. Wir haben die... ganzen Sklaven... gerecht. Druth... Druth... was a troubled man. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Wo geht's eigentlich jetzt zurück? Kann mir mal jemand den Weg weisen, bitte? Ich... brauche kurz einen Kompass oder eine Karte. Ich glaube, eine Karte gibt's hier nicht. Es pannt immer noch, zum Teil. Ich kann nicht runter. Bin ich da hergekommen? Ich glaube schon. Man könne endlich... durch das Tor schreiten. Irgendwo habe ich eben zwei Runensteine verpasst. Das nervt mich ein klein wenig, aber... das Spiel ist blind. Deswegen kann ich es nicht wirklich zu 100% durchspielen. Also ich könnte schon. Aber dann würde ich Hilfe benötigen. Von euch oder... sonst wem. Hier geht's nicht weiter, oder? Hier, da war nur das Feuer. Ähm... Ich bin noch von irgendwo da rechts gekommen. Oder nicht. Oder von da hinten. Ich hab doch keine Ahnung. Hier ist noch ein Runenstein. Ich kann auch einfach außen rum gehen. Ich kann auch einfach außen rum gehen. Aber wohin muss ich jetzt? Ich weiß es doch nicht. Ich muss eigentlich nicht hier lang, oder? Hier? Hier bin ich nur da rüber. Ich glaube, ich drehe mich im Kreis. Ich weiß... Ich weiß nicht, ich wäre irgendwo von da hinten gekommen. Aber da ist der Feuerstein. Da sind wir doch nicht hergekommen. Verdammt! Verdammt, verdammt. Verdammt. Wo geh ich hin? Wo komm ich her? Da ist der Runenstein. Oh, sit her! Äh... Verdammt. Ja, mir fehlen immer noch zwei. Das war doch nicht hier. Da hinten fehlt noch ein Pfad hin. Okay. Gut. Dann war es hier. Oder? Ich hoffe es doch. Ist hier irgendwo noch ein Runenstein? Den ich nicht gesehen hätte. Vielleicht da unten? Da frage ich mich grad. Den da hatten wir. Das ist der Pfeil. Den hatten wir. Mist. War er doch da unten? Hier vielleicht? Ich will da unten nachsehen gehen. Ich will da unten nachsehen gehen. Was ist das hier? Was ist das hier für ein Weg? Ah, da sind wir hergekommen. Ich möchte da unten noch kurz lang. Weil ich vermute da ist ein Runenstein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. nicht. Wer weiß. Ich geh mal hier lang. Wenn ich kann. Ja, kann ich. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Ist das groß? Es ist zu groß. wo bin ich hier? Das hier ist der richtige Weg, oder? Ich weiß nicht. Wo bin ich? Zu viele Wege. Da ist ein Runenstein. Ich frage es nur, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich hätte ich den auch schon. Hier runter springen. Hier hinten. Links habe ich einen gesehen. Habe ich dich schon? Ja, den hatte ich schon. Scheiße. Ich find's interessant, dass meine Stimme leiser wird, wenn ich vom Runenstein mich entferne. Gut, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo genau ich hin soll. Wo hat die Brücke da? Schätze ich mal. Ich find die Kondition von Senua eigentlich beeindruckend. Sie atmet doch schwerer, aber sie marschiert durch. Sieht schön aus, weil ich immer noch denke, dass sie friert mit diesem Outfit. Aber das muss sie für sich entscheiden. Nicht wahr? Es frieren halt nicht alle so schnell wie ich. Ich muss überall mal ein bisschen umsehen. Aber es sieht nicht so aus, als wären da noch irgendwelche Runensteine. Ich bin jetzt wieder am Anfang. Ich bin 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 wieder am Anfang. Und bin jetzt schlussendlich wieder hier an diesem selben Ort angelangt. Obwohl ich einfach hier durch hätte rennen können. Ach, komm schon. Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Eigentlich nicht. Aber was soll's. Ich hätte einfach hier rüberlatschen können. Statt so kompliziert. Ist das hier der richtige Weg? Wahrscheinlich. Hier ist ein normales Tor. Nee, das hier ist nur ein Feuer. Ja, das ist nur das Feuer, an dem es immer speichert. Ich glaube, ich drehe mich im Kreis. Glaubt ihr das auch? Ja, wahrscheinlich, weil's so ist. Ich hoffe, ich gehe jetzt endlich richtig. Der Sonne entgegen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hoff's doch. Nee. Wenn ich schon mal gestorben bin, kann ich's fühlen? Ja, aber es ist doch kacke, wenn sie wieder sterben wird. So. Wir wären hier beim Tor. Ich weiß nicht, ob ich das will. Haben wir noch Zeit? Nee, eigentlich ist die Zeit vorüber. Ich möchte doch das Tor noch öffnen. Es ist dunkel. Hallo? Hallo? Was siehst du das nur? Ist das dein Zuhause? War es das? Oder sind es die Toten, die dich verfolgen? Oder ist das alles ein und dasselbe? Ich weiß nicht. Das ist schon ziemlich suspekt. Wer bist du? Wer bist du? Wo ist Dylian? Hilf ihm. Ist er nur. ارst du? Wenn du in Liebe bist, hast du ihn in Tears gescheitert, um deine Furies zu smotheren, und deine Fears zu spüren. Aber in der Dunkelheit kamen, durch den Blacken Seiden sie diese Shores raided. Do du still hear his screams? And now, that you're home, he's so far away, they've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword, still beats a heart. You fought for love unspoilt. By your darkness within. Do I presume someone else does it? Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Dad, Dad, what a plan for their life. Kill them. You did not. You did not. No. 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 Is this really happening? They can break you. But not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. And your sword still beats. A heart. Was denkst du wirklich, du kannst ihn von den Toten erlösen, Senua? Weil das glaube ich eher gesagt nicht. Du sprachst von es, aber nahm es nahm, led es zu ihm. An Endless Suffering, worse als Death. Und du willst zurück, abandone und findes peace mit den Gods? Nein. Die Dunkelheit wird es nicht. So du wirst in die Lähe des Beasts gehen. Schau es in die Augen und du wirst zur Krieg gehen. Das ist deine Mission. Das ist deine Reise. Es gibt nichts anderes. Okay. Leute, aber ich würde sagen... Diese Brücke... ...bequeren wir erst beim nächsten Mal. Und ich hoffe, wir werden langsam mehr über Senuas Schicksal und ihre Bestimmung erfahren. Also Leute, bis dann!